Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Die 41. Spielminute, Tor für die Linie, der Spieler mit, der Nummer 3, Jermaine Jones. Der Spieler hat den Grundschuss gewonnen. Die 41. Spielminute, ein neuer Treffer für die Linie, der Landschule 98, erfolgreich zum 2. Mal in dieser Partie. Der Spieler mit der Nummer 36, Wilson Kamau-Worker. Untertitelung des ZDF, 2021 Tor für die Libyen, erfolgreich per V-Lefmeter-Badespieler, bitte. Nummer 11, Tobias Kempe. 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 80. Spielminute heute der Treffer. Applaus Applaus